Es gibt immer einen Preis, den ich bezahlen muss. Es gibt den Preis der Disziplin und es gibt den Preis des Bereuens. Und den bezahlen wir immer, für alles in unserem Leben. Die Frage ist nur, welchen Preis willst du zukünftig bezahlen? Und grüß dich! Kommen wir mal wieder zu einem Cashflow-Tipp. Und zwar die 10 Gewohnheiten von super erfolgreichen Menschen. Und welche 10 Gewohnheiten bringen dir zukünftig Cashflow? Und ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht und habe gedacht, Mensch, wer ist denn auch einer meiner einflussreichsten Mentoren, von wem ich wirklich sehr, sehr viel lerne. Natürlich leider alles in Englisch und dementsprechend, wer ihn noch nicht kennt, Dan Lok aus Kanada, wirklich absoluter Top-Unternehmer. Mehrere Millionen Dollar Vermögen aufgebaut und für mich einer der erfolgreichsten Influencer in der heutigen Zeit im Bereich Social Media. Und er hat mal aufgezeigt, was sind denn die 10 Gewohnheiten, sprich the 10 Habits of Success. Und ich habe mir die einfach mal in Deutsch runterschreiben lassen und wollte die mal mit euch teilen. Vielleicht sind einige Punkte dabei, wo du sagst, Mensch, da müsste ich dran arbeiten. Das ist eine Gewohnheit, kenne ich zwar, habe ich selber nicht umgesetzt. Und ich finde mich sehr, sehr stark natürlich auch wieder in diesen 10 Gewohnheiten. Manches mehr, manches weniger. Auch ich lerne immer wieder dazu. Ich teile es jetzt einfach mal mit dir und Schritt für Schritt sag dir einfach mal mein Statement dazu, meine Erfahrung. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn du diese 10 Punkte auch in deinem Leben einfach implementierst, wenn du es sukzessive einbaust, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und jeder Erfolg und jeder Misserfolg basiert auf deinen Gewohnheiten, sprich die Dinge, die du in Fleisch und Blut jeden Tag machst, die dein Leben ganz, ganz stark beeinflussen. Und dementsprechend, jeder Erfolg hat außergewöhnliche oder top erfolgreiche Gewohnheiten als Folge. Und dementsprechend natürlich auch jeder Misserfolg. Weil es ist ein Unterschied, ob ich jeden Tag eine Stunde Netflix schaue oder eine Stunde mich weiterbilde. Es ist ein Unterschied, ob ich auf Seminare fahre und bin einen Tag weg oder ich verbringe halt einen schönen Tagesausflug und vergeude vielleicht irgendwelche Zeit. Also wir steigen mal ein. Punkt Nummer eins. Die erfolgreichen Menschen übernehmen immer zu 100 Prozent die Verantwortung. Und da fängt es schon an. Ich glaube, über 90 Prozent sagen, ja, das mache ich auch, das mache ich auch. Aber die Wahrheit sieht doch anders aus. Wir leben in einer Welt, wo es darum geht, dass man immer mit dem Finger auf andere zeigt. Was macht der schlecht? Was hat der für Fehler gemacht? Und man guckt immer von sich weg, um im Außen zu schauen, was für Resultate bewegen die und was könnte man besser machen. Wenn man selber scheitert, wenn man selber Rückschläge hat, macht man gern andere Menschen dafür verantwortlich, Umstände für verantwortlich. Und da ist schon mal so mein Tipp, wie kannst du dich umprogrammieren? Wenn du anderen Menschen die Schuld gibst oder Umständen die Schuld gibst für deinen Misserfolg, dann gibst du automatisch die Macht über deinen Erfolg und über dein Leben an diese Person oder an den Umstand ab. Ja, wenn du sagst, ich habe den Zug verpasst, weil ich stand im Stau, ja, weil so ein Idiot vor mir rumgefahren ist, dann hat der Idiot, der vor dir rumgefahren ist, die Macht über dein Ergebnis. Willst du gern Macht abgeben aus deinem Leben? Sagt jeder nein. Also ist es viel einfacher sagen, mein Timing war schlecht, ich bin nicht rechtzeitig losgefahren und deswegen habe ich den Zug verpasst. Ja, mir ist selber sogar mal passiert. Ich habe den Zug verpasst, aber ich stand oben auf dem Gleis. Ich war nur so doof und habe es gar nicht gecheckt, dass der Zug, der da steht, dass das der Zug ist, in den ich einsteigen muss, weil ich vorher eine andere Zeit im Kopf hatte. Der Zug fährt weg, neuer Zug rollt an und ich denke, ach so, das war, guck mal den Zettel an, ach, das war mein Zug. Ehrlich, wer ist jetzt der Doofe? Ist das Schaffen noch zu schnell weggefahren? Haben die keinen Ausruf richtig gemacht? Nein, ich war schuld. Also lernt in Zukunft zu sagen, hey, mein Fehler, meine Schuld und oftmals, wenn man sich auch dafür entschuldigt, zu sagen, hey, mein Fehler, es tut mir leid. Wenn man mit einem in den Clinch geht und sagt, hey, mein Fehler, ich hätte anders reagieren können, passiert was ganz, ganz Wunderbares. Der Gegenüber sagt, hey, ich habe auch nicht richtig gehandelt. Hey, es tut mir auch leid und dann ist alles gut. Wenn man sagt, du, du, du und der andere, du, 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 dann kommt nur Scheiße dabei raus. Also, übernimm die hundertprozentige Verantwortung. Nummer eins. Das zweite ist, entscheide, was du wirklich willst. Was motiviert dich zu 100% und du musst Entscheidungen treffen. Ja, super erfolgreiche Menschen treffen schnell Entscheidungen und vor allem das, wo du hin willst. Und vor allem, mach das, wo eine Leidenschaft dahinter ist. Stell dir also, um das rauszufinden, mal eine Frage. Wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würde, wie würde der perfekte Tag in deinem Leben aussehen? Und wenn du das visualisierst, dir vorstellst und fühlst da rein, dann kannst du Entscheidungen treffen, was ist dafür notwendig zu tun, also das Ziel zu haben, den Plan dorthin zu schmieden und dann natürlich Aktion zu fahren. Was willst du wirklich? Weil ich glaube, die meisten machen Dinge, wo sie gar keinen Spaß dran haben. Die meisten gehen jeden Tag zur Arbeit, wo sie gar keinen Bock drauf haben. Ja, in der aktuellen Situation gibt es extrem viele Menschen, die Dinge tun, wo sie keine Lust drauf haben. Und sie machen es trotzdem. Also mach zu 100% was du willst. Was für dich gut ist und wo du jeden Tag eine Motivation hast. Ja, das machen erfolgreiche Menschen. Nummer drei. Glaube. Glaube daran, dass es möglich ist. Der Glaube ist, der Glaube versetzt Berge. Was ist überhaupt Glaube? Glaube ist etwas, was ich zu 100% vielleicht gar nicht weiß, dass es ist, aber es ist meine Vorstellungskraft. Und wenn ich mit dir heute wetten würde und ich sage, es gibt kein Mount Everest. Es gibt den Berg, Mount Everest gibt es nicht. Warst du selber schon dort, hast du ihn mit eigenen Augen gesehen? Wahrscheinlich nicht. Du warst noch nie oben, du hast ihn mit eigenen Augen in Mount Everest noch nicht gesehen. Vielleicht, ja, herzlichen Glückwunsch. Die Masse hat es noch nicht gesehen. Und jetzt würde ich mit dir wetten, den Mount Everest gibt es nicht. Du würdest aktuell 100% deines Vermögens darauf wetten, dass es den Mount Everest gibt. Und, obwohl du ihn noch nie live gesehen hast, das ist Glaube. Glaube bedeutet, dass du etwas live noch nie erlebt hast und noch nicht gesehen hast. Aber allein durch Übertragung von Informationen, von der Vorstellungskraft, dass es so sein könnte, dass sich ein bestimmter Erfolg so anfühlt, das ist Glaube. Und diesen Glaube brauchst du. Und zuerst mal musst du an dich selbst glauben. In der Bibel stand schon, ja, alles ist möglich für den, der da glaubt. Und Glaube ist eine Kraft, die ist so sensationell. Deswegen glaub zu 100% an dich, dass alles möglich ist, was du dir vorstellst. Und dann take action. Okay? Das ist die dritte Gewohnheit von außergewöhnlichen und super erfolgreichen Menschen. Das vierte, den Erfolg visualisieren. Ja? Viele wünschen sich gern etwas. Haben einen Wunsch, eine Wunschvorstellung. Ah, das wäre mal toll, wenn ich da wäre. Das ist kein Ziel und da fehlt ja komplett der Glaube dahin. Ja, wenn ich heute zu dir sage, Mensch, du fährst in einem Jahr mit einem Rolls-Royce und kaufst dir neu für eine halbe Million. Das ist nicht greifbar. Warum? Weil eventuell motiviert dich das Ganze gar nicht. Du bist noch nie drin gesessen. Du hast live vielleicht noch gar nicht gesehen. Du kannst kein Feeling. Aber wenn Glaube mit Vorstellungskraft und keinem Zweifel zusammenkommt, ja, Körper, Geist und Seele im Einklang ist und du musst das Ganze visualisieren. Du musst bildlich vorstellen, wie sieht mein Traumtag aus. Und wenn du jeden Tag 10 Minuten dich hinsetzt, machst die Augen zu und visualisierst das Ganze, wie es sich anfühlt, dann ist die Chance sehr groß, dass du auch die Schritte dazu unternimmst, das Ganze zu erreichen. Mein Traumauto damals, als ich 20 war, wollte ich unbedingt einen Z4 kaufen. Ja, diesen Roadster von BMW. Das war so mein Traum als erstes Ziel zu erreichen. Und ich habe monatelang diese Bilder angeschaut von dem Auto. Das ganze Autoscout hoch und runter auswendig gelernt. Ich habe es visualisiert. Ich hatte so einen Traum. Und irgendwann bin ich morgens aufgewacht und habe geträumt, ich fahre im Sommer dieses Fahrzeug. Obwohl ich es mir finanziell noch gar nicht leisten konnte. Und an diesem Tag, wo ich das geträumt habe, bin ich ins Büro gefahren damals. Und man hat mir das Angebot gemacht, dass ich sofort zum Start damals einen Versicherungsbereich, einen Bestand von 1800 Kunden als Hauptagentur übernehmen kann. Und ich habe sofort zugeschlagen und sechs Monate später, sechs Monate später, ja, beziehungsweise, es stimmt gar nicht, es war kurz vor April. Und dann drei Monate später konnte ich mir den Traum realisieren. Ja, und es war so greifbar, weil ich es immer gefühlt habe. Ich bin abends eingeschlafen, wie ich damit fahre. Wenn ich rausgelaufen bin aus dem Haus, habe ich ihn da stehen sehen. Das ist die Kraft der Visualisierung. Also Nummer vier. Nummer fünf. Verhalte dich schon so, als wärst du erfolgreich. Der Fehler, den viele Menschen machen, ist, dass sie sagen, ja, ich kann ja erst so, mich so verhalten, als wäre ich erfolgreich und hätte ich was erreicht, wenn ich es doch wirklich habe. Nein. Wenn du mit super erfolgreichen Menschen sprichst, dann ist das eine Gewohnheit, die ist sensationell. Die sagen, hey, ich habe mich schon so verhalten, als hätte ich das schon erreicht. Es gab mal so einen Spruch, damals, das war so ein Jockey, also der ist Jockey geritten, hat da eine Ausbildung gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Und die haben ihn gefragt, Mensch, wie hast du es geschafft, Millionär zu werden? Und dann hat er gesagt, ich habe jedem erzählt, dass ich Millionär bin, obwohl ich gar kein Geld hatte. Und irgendwann hat sich so ergeben, Schritt für Schritt für Schritt, weil ich immer fleißig war, dass ich genau deswegen, weil ich so reingefühlt habe, ich habe visualisiert, ich habe mich so verhalten, als wäre ich ein Millionär. Nicht anhand dessen, dass er diese Luxusgüter hatte, was man oftmals in Verbindung bringt. Aber von der Freiheit, von der Unabhängigkeit, Millionär zu sein, dann hat er gesagt, das war der Grund, warum ich es geschafft habe. Und das ist schon interessant. Und viele Dinge sind ja erstmal unerreichbar. Aber geh doch schon mal in dieses Level rein, reinzufühlen, wie es da wäre. Und dann spiel das Leben mal durch. Und es ist alles Saat und Ernte. Das, was du siehst, wirst du ernten. Und dementsprechend, wenn du dich so verhältst, es geht nicht um fake it until you make it. Es geht nicht um irgendwas vorzuspielen, was man nicht hat. Es geht darum, sich reinzufühlen und mal die Vorstellungskraft zu entwickeln und wirklich sich auch mal so zu verhalten. Auch diese geistige Freiheit zu haben. Hey, ich habe vielleicht nicht den Erfolg, aber ich habe diese Vision und das Ziel und niemand wird mich aufhalten von diesem Ziel, dass ich es nicht erreichen kann. Okay, das ist wichtig. So, dann Nummer 6. Sei bereit, den Preis zu bezahlen. Reiche Menschen, super erfolgreiche Menschen waren immer bereit, den Preis zu bezahlen, der notwendig dafür ist. Es heißt nicht, den Preis zu bezahlen, um über Leichen zu gehen, sondern es gibt immer einen Preis, den ich bezahlen muss. Es gibt den Preis der Disziplin und es gibt den Preis des Bereuens. Und den bezahlen wir immer, für alles in unserem Leben. Die Frage ist nur, welchen Preis willst du zukünftig bezahlen? Den Preis der Disziplin, dass du zu 100% nach dem Plan deine Aktivitäten durchgezogen hast und kontrolliert hast oder den Preis des Bereuens. Jeder möchte gerne ein Beachbody haben. Jeder möchte durchtrainiert sein. Jeder nimmt sich Menschen als Vorbild und sagt, wow, wäre das geil, wenn ich auch so aussehe. Es ist für jeden möglich. Es gibt ein Ziel, wie man was erreichen kann. Man kann einen Plan ausarbeiten. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der mir noch dabei hilft, die Aktivität durchzuführen, ein Controlling zu machen, kann ich das Ganze erreichen. Das heißt, ich kann entweder zwei, drei Jahre kontinuierlich trainieren, trainieren, trainieren und habe den Traumbody, den ich mir wünsche. Oder ich bin nie trainieren gegangen und sage in drei Jahren, ey, der andere hat genau im gleichen Step angefangen, hatte genau die gleiche Voraussetzung. Der ist top trainiert und ich sehe aus wie eine Couch-Potato. Und jeder fragt mich, ob ich heute noch in die Schule gehe, weil ich meinen Ranzen dabei habe. Ja, das ist so. Also, dann zahle ich den Preis des Bereuens. Und wir haben die Option. Also, welchen Preis wirst du zukünftig bezahlen? Den Preis der Disziplin oder den Preis des Bereuens? Ja, zahl bitte den Preis der Disziplin. Du wirst glücklicher, fröhlicher, zufriedener sein. Und vor allem auf dem Weg, wenn du diesen Erfolg hast, bist du immer motiviert, weiterzumachen. Okay? Nummer sieben. Erfolgreiche haben Angst und Zweifel. Und machen es trotzdem. Warum? Wie oft haben wir vor Situationen schon Angst gehabt und Zweifel? Oh, kann das funktionieren? Funktioniert es nicht. Wir mussten, wir haben eine Komfortzone. Ja, das ist eine Bubble. In der sind wir happy, in der sind wir glücklich. In der machen wir Vergangenheitsbewältigung. Warum schauen Leute immer in eine rückspielende Vergangenheit? Weil sie wissen, was da passiert ist. In der Vergangenheit fühlen sie sich sicher. In der Gegenwart ist alles okay, aber in der Zukunft. Werden wir leben. Und das hat Einstein schon gesagt. Ja? Ich fokussiere mich in erster Linie auf die Zukunft, weil das ist die Zeit, in der werde ich leben. Und da hat er vollkommen recht. Und ich hatte schon oft Angst und Zweifel und wusste nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich bin mit 15 im Finanzvertrieb ohne Reputation neben der Schule reingegangen. Ich wusste nicht, ob es was wird. Es wurde auch nichts drei, vier Jahre lang. Ich habe nur Pleiten, Pech und Pannen erlebt. Aber ich habe gedacht, ich mache einfach weiter. Ich gebe nicht auf, okay? Als ich damals zum Sichtungstraining gegangen bin, zum KSC oder zur Auswahl, um Fußballprofi zu werden. Ich hatte auch Angst. Ich hatte auch Zweifel an mir. Ja? Ich wusste, ich bin ein guter Fußballer. Ja? Man hat mich motiviert und ermutigt, dorthin zu gehen, weil die Leute an mich geglaubt haben. Und ich hatte natürlich auch ein Selbstbewusstsein. Aber ich hatte trotzdem Zweifel. Ich habe dort Leute spielen, die habe ich gesagt, oh Gott, die sind ja viel besser als ich. Aber trotzdem, ich wurde beim Probetraining, beim KSC, beim ersten Tag genommen. Die anderen wurden alle heimgeschickt. Ich wurde genommen. Ich wurde in der Auswahl sofort genommen. Ich habe da super Erfolge. Und mit dem Schritt-für-Schritt-Prozess, wenn du aus der Komfortzone gehst, dann kannst du außergewöhnliche Ergebnisse erzielen. In der Komfortzone baut keiner außergewöhnliche Ergebnisse auf. Es ist unmöglich. Du musst raus. Du musst in die Ungewissheit. Und dann lernst du neue Fähigkeiten, die auch relevant sind, um Wohlstand und Reichtum aufzubauen. Okay? Also, erfolgreiche Menschen haben Angst und Zweifel und machen es trotzdem. Nummer sieben. Nummer acht. Such nach einem Mentor oder mehreren. Niemand ist erfolgreich geworden ohne Mentor. Es ist unmöglich. Ja? Was heißt unmöglich? Man kann sich alles selber beibringen. Ja, aber trotzdem. Man schaut ja bei anderen nach. Dann waren die halt temporär Mentoren, auch wenn man sie nicht direkt genutzt hat. Die Kunst ist es heutzutage zu sagen, lerne ich aus meinen eigenen Fehlern oder bin ich intelligent und lerne aus den Fehlern der anderen, es nicht zu tun, die auf dem gleichen Weg waren. Und hole ich mir einen Mentor. Wenn ich überlege, ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Branche. In diesen 20 Jahren gab es tausende Sachen, die nett funktioniert haben. Und tausende Sachen, die haben super funktioniert. Wenn heute einer in mein Mentorship kommt und will Hilfestellung, kann ich zu ihm ganz klar sagen, die Dinge sind die Dinge, die nicht funktioniert haben. Und das sind die Dinge, die funktioniert haben. Ich glaube, wenn du meine Reise, meine Tipps annimmst, dann kannst du hauptsächlich die Dinge machen, die super funktioniert haben, wo es ein Proof of Work gibt, dass das tatsächlich Ergebnisse produziert. Und das war scheiße. Bei mir hat es nicht geklappt. Du kannst es gern austesten. Vielleicht hast du mehr Erfolg. Was denkst du? Was ist cleverer? Dass du auf Leute hörst, die da sind, wo du hin willst. Oder auf Leute, die dir Tipps geben, die aber jeden Abend besoffen vom Fernsehsitzen mit ihrem Bier in der Hand und wenig erfolgreich sind. Wenn du auf die Leute hörst und Tipps kriegst, dann ist dein Ergebnis wahrscheinlich irgendwann genau das Gleiche. That's it. Nummer 9. Nummer 9. Wir müssen mal gucken hier. Nummer 9. Das Einfachste vom Einfachsten. Sei begeistert. Man kennt es, das Feuer der Begeisterung. Wenn du begeistert bist, kannst du andere Menschen in Feuer und Flamme versetzen. Begeisterung ist die Hefe für alles. Die Hefe für Erfolg ist Begeisterung. Wenn du nichts hast, keine Referenzen, dann ist deine Vision, dein Glaube und deine Begeisterung sind die drei stärksten Kräfte, die es überhaupt gibt, um etwas zu erreichen, Menschen mit auf die Vision zu nehmen und alles ist gut. Also sei ständig mit deinem Ziel, motiviere dich selber und sei begeistert und trag dieses Commitment, diese Vision in die Welt und dann kannst du wirklich außergewöhnliche Ergebnisse erzielen. Und der letzte Punkt ist Nummer 10. Die Gewohnheit Nummer 10 ist, sich selbstständig zu verbessern. Es geht nicht darum, in den Vergleich zu gehen, der kann das besser, der kann das besser und der kann das besser. Spielt keine Rolle. Die Frage ist nur, verbesserst du dich jede Stunde, jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr. Und wenn du dich als Person nimmst, heute und vergleichst dich in einem Jahr, hast du dich verbessert, hast du neue Fähigkeiten gelernt, sprich neue Skills, hast du neue Dinge gelernt, mit Menschen besser umzugehen, ist deine Rhetorik besser geworden, hast du eine Fremdsprache gelernt, kannst du, hast du mehr Wissen, siehst du besser aus, hast du eine bessere Ausstrahlung. Wichtige Skills heutzutage, ja, ständig dich verbessern, deine Prozesse im Unternehmen als Angestellter, dich weiterzubilden, vielleicht noch wichtiger zu werden für das Unternehmen, ja, dass du dich, sag mal, dass du dich unkündbar machst, dass das Unternehmen dich niemals verlieren will, das sind alles Dinge, ja. Und das geht darum, indem ich mich ständig verbessere und den Fokus drauf lenke, was kann ich dafür tun. Und du kannst dich jeden Tag verbessern, du kannst jeden Tag Bücher lesen, du kannst mit tollen Menschen sprechen, um von denen zu lernen, wie das geht, du kannst dir YouTube-Videos angucken, was du ja jetzt auch machst, weil du willst dich jetzt auch verbessern. Nach dem Video hast du die 10 Gewohnheiten der top erfolgreichen Menschen. Das heißt, wenn du Schritt für Schritt das umsetzt, jeden Tag nur schaust, kann ich einen Punkt umsetzen. Glaub mir, in einem Jahr bist du besser als heute, wo du das Video anschaust. Deswegen, wenn dir die 10 Erfolgsgewohnheiten gefallen hatten, lass mal einen Kommentar, schreib mal rein, wie viele von diesen 10 Punkten, wie viele Punkte davon beherrschst du schon als Gewohnheit. Und wenn dir der Tipp gefallen hat, dann lass mal ein Like da, aktiviere die Glocke und dann bist du über jedes Video informiert. Und dann sehen wir uns im nächsten Cashflow-Tipp-Video wieder, 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 wieder. Ja, also kleiner Versprecher noch und in diesem Sinne sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Tobias Ritter war dein Cashflow-Experte Nummer 1.